Hey Sona, Finale kommt gleich. Warum willst du dich nicht da? Da gibt es die Finalist, die gegen Karlsruhe spielt. Beide sind Neutsche, die sprechen in Englisch. Warum? Was lauerst du? Nein! Gewinn! Grand Finale, oder? Ja. Das Video? Ja klar. Fing an, Konrad aus Karlsruhe. Beste. Aber nur die Heiler sind cool. Der Knoer hätte sich vorhin auch rasieren müssen. Machen wir Summe auf die Rasier. Siehst du? Die neue Trend. Ja, das war noch mal für Oberschern. Guck mal die. Das ist doch nicht mehr gerade. 50 Euro. Wenn die ein Bild machen, spring einfach rein. Ich gebe 25, 25. Nein, was? Was sagst du für mich daran? Ich will nicht gebannig sein. Sagst du bist Konrad. Geh hin und sagst du bist Konrad. Ja. Ja. Ja, nein. Ja. Du hast du. Das hättest Stefan gesagt haben können. Ja. 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 Nein, Deck. Das kann nichts. Aber sag Schuss. Ich greife nicht. Ich habe gleich gefühlt. Nein, ich wollte gerade schlecht schießen. Ich spiele Memory jetzt. Was ist Memory? Du kennst Memory? Ich habe Memory verloren. Was ist das Memory X, Sona? Die Sona hat keine Memory. Ah ja, du hast keine Memory, das stimmt. Hast du dir schon gesagt? Ich will mit Sona Memory spielen. Okay, mach's. Guck mal. Es gibt jetzt Sona gegen Peter Gross Memory. Game 1. Ja, Memory. Ja, Memory. Ich spiele Memory. Aber ich bin Handicap, weil ich keine Memory habe. Ey, du sollst gar nicht brauchen. Ich spiele Memory. So spielt man. Ich spiele Memory. Man muss schon richtig auf dem Tisch so mischen wie früher. Das ist langsam zufrieden, oder? Okay. Okay. Ah, mach mal. Du musst die zwei, drei, die selben sind finden. Du musst die zwei, drei, die selben sind finden. Du beginnst. Ja genau, jede Karte, wenn man einmal spielt. Wo ist die, wo ist die? Ah, zwei. Ah, Alter. Warte, ich muss merken. Zone 3 und Zone 4. Ah, eine alles draußen. Du bist da, ich spiele mal noch einmal. Ich will die selben Karten aufdecken. Alter. Stark. Welch Karte ist denn von mir? Ah, Alter. Oh, Minus. Okay, ich habe keine Ahnung mehr wo die Karten waren. Ah, ja, draußen. Scheiße. Ah, draußen. Das ist draußen. Die erste? Oh, draußen. Scheiße. Redox. Oh, draußen. Hast du sie gemerkt? Oh, draußen. Ey, Mann, was war das? War das da? Oh, oh, oh. Das war irgendwo, das war irgendwo. Ah, Kosecki ist draußen. Hier war noch Maxi. Ah, nebenan. Plus, plus, plus. Sona, Sona 1. Oh, da haben wir auch direkt hier. Die irgendwo, glaube ich. Ich spiele nicht rein. Hey, lass sehen. Huh? Du hast keine Memory. Das ist hier? Das! Ey, Rubin habe auch einmal aufgedeckt. Memory. Na, ja, plus. Ah. 2-0, was ist gedacht? Die war eigentlich nicht zu brechen. Der Redox hat da. Ja. Oh, nein! Depp ist... Fuck. Haha, draußen. Haha, draußen. Die beiden immer. Nein! Ja, draußen. Ja, draußen. Ich habe schon alles vergessen hinten. Ah, ah, ah! Oh! Oh! Ah, ist das noch einmal? Das Protokoll ist von oben zu hoch. Ist der noch drinne, gell? Äh... Ehm... 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 Minus. Ehm... 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 Ausgleich. Ehm... 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 Nicht so viele. Nicht so viele. Einfacher jetzt. Oh! Oh! Ich habe nichts gemacht! 3-2! 3-2! 2-0! 2-0! 2-0! Oh! 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 4-2! Ja! Triple! 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 Das ist plus zwei Punkte! Hast du... Ja, ich weiß wo das ist! Die besser ist! Komm! Wir haben nie wesen, dass es das ist! Keine Memory Sonder! Was geht ab? Doch! Peter schlägt zurück dann! Nein! Groß, oder? Nein! Da haben wir noch nicht! Ist noch drinne! Nein! 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 Was ist das? Alles zurück aus... Nein! Nein! Nur ein MST! Was? Was ist das? Ja! Oh! 6x2! 6x2! Max, du Ragequid! Ragequid! In Memory! Bis kommt! Aber der war noch aufgedeckt... Hey! Martina... Wir waren gerade hier! Außen! Da kommt der Martina... Das hat sich gecheatet! Ja, er hat sich gecheatet! Bei Memory! Bei Memory! 1-0, 1-0, Game 1 für GG, GG. Game 1, 1-0 steht. Nein, so verloren. Memory ist anders, die Regel. Game 1. Also, der Tournee ist gleich zu Ende. Sollen wir mit ihm mitgehen oder was? Wir gehen durch Denmark in Italien. Mit der Jäger. Die Einkaufszentrum. Ach, das ist schon das auf YouTube. Ist der Amis. Hi guys, wie geht's euch? Wie geht's? Gut. Hier geht's. Ja sag, waaah. Ja sag, turda. Dara, rabbit. Es kreiert Kelsinghaus. Er spielt Dolka. Hey, Kolrad, mach mal die Tür zu. Kolrad, mach mal die Tür zu. Es ist kalt.